Herzlich willkommen beim Wetter. Heute gab es noch mal jede Menge Sonnenschein und blauem Himmel, trockenes Wetter und schweißtreibende Temperaturen mit. Die wärmsten Orte waren Weimar mit 32 Grad und Bad Lausig, aber auch in Pirna 31 Grad, genauso wie in Weißenberg. Morgen wird es in Sachsen noch mal so warm, vor der Kaltfront dahinter kommt aber luftpolaren Ursprungszahlen. Und die Kaltfront, die bringt Wind, Regen und dicke Wolken. Das heißt, die Trockenheit, die wird hier und da wenigstens ein kleines bisschen eingedämmt. Heute Nacht ist es aber überall trocken, verbreitet sternenklar. Moment noch wirklich sehr, sehr mild. Erst zum Sonnenaufgang gehen die Temperaturen auf 18 bis 10 Grad zurück. Morgen Vormittag vor allem in Sachsen zunächst noch viel Sonnenschein. Die Kaltfront kommt aber schon aus Niedersachsen herein, arbeitet sich dann im Laufe des Tages weiter nach Südosten vor. In Sachsen sind vereinzelt teils heftige Schauer und Gewitter möglich. Der Wind vor allem in Schauernähe, ein Thema in der Altmark nur 21 Grad. Die Tage drauf wird es leicht wechselhaft und deutlich kühler. Man muss sich wärmer anziehen. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. 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 Tschüss.